Sie sind nicht entmutigt. Ich werde anfangen mit einer Geschichte. Es war einmal bekannt, dass der Teufel sein Geschäft verlieren und alles an die verkaufen würde, die bereit waren, den Preis zu zahlen. Am großen Tag des Verkaufs wurden alle seine Werkzeuge attraktiv dargestellt. Es wurden Neid, Eifersücht, Hass, Bosheit, Täuschung, Sinnlichkeit, Stolz, Götzendienst und andere schlimmen Werkzeuge angeboten. Jedes Werkzeug war mit einem eigenen Preis markiert. Allein in der Ecke war ein harmlos aussehendes, sehr abgenutztes, teilförmiges Werkzeug. Aber trotzdem hatte es einen höheren Preis als jedes andere. Jemand fragte den Teufel, was es war, und er antwortete, das ist Entmutigung. Die nächste Frage kam schnell. Und warum ist es so teuer, obwohl es klar zu sehen ist, dass es mehr als alle anderen getragen wird? Da antwortete der Teufel, es ist mir nützlicher als alle diese anderen. Ich kann in das Herz eines Menschen eindringen, wenn ich nicht mit irgendeinem anderen Werkzeug in seine Nähe kommen kann. Sobald ich eindringe, kann ich ihn auf irgendeine Weise benutzen, wie es am besten passt. Es wird viel getragen, weil ich es für alle benutze, die ich erreichen kann, und wenige Leute wissen überhaupt, dass es mir gehört. Dieses Werkzeug war deshalb hoch im Preis, damit es niemand kaufen konnte, und bis heute wurde es noch nie verkauft. Es gehört noch immer dem Teufel, und er benutzt es immer noch für die Menschheit. Wie Sie aus dieser Geschichte sehen können, ist es für Satan sehr einfach, eine Situation auszunutzen. Man fühlt sich deprimiert, hilflos, manchmal möchten wir sogar das Handtuch werfen und aufgeben. Wie viele von uns waren schon in einer solchen Situation? Manchmal können wir wirklich entmutigt werden. Möglicherweise wollen wir uns nicht mit unseren Problemen beschäftigen, und vielleicht wollen wir weglaufen oder nichts machen, um die Probleme zu lösen. Aber das ist nicht das, was wir tun sollen. Im Gegenteil. Wir können nicht zulassen, dass uns Satan entmutigt, sondern wir müssen die Probleme konfrontieren, wie Gott es von uns erwartet. Es gibt viele Beispiele in der Bibel von Personen, die entmutigt wurden. Aber Gott war immer da, um sie zu führen und ihnen Kraft zu geben, genau wie er für uns das da ist, jedes Mal, wenn wir ihn brauchen. In Joshua, Kapitel 1, Vers 1 bis 9. Lesen wir, nach dem Tod Moses, des Knechts des Herrn, sagte der Herr zu Joshua, dem Sohn Nuns, Moses Diener, Mein Knecht Mose ist gestorben. So mach dich nun auf und zieh über diesen Joden, du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen der Kindern Israel gegeben habe. Jede Städte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Von der Wüste an und diesem Libanon bis an den großen Strom, Euphrat, das ganze Land, der Hethiter, bis an das große Meer in Richtung Westen soll euer Gebiet sein. Es soll dir dein Leben lang niemand widerstehen. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Sei getrost und unverzagt, du sollst diesem Volk das Land als Erbe aussteilen, das ich ihnen geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Sei nur getrost und ganz unverzagt, indem du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, meine Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zu rechten noch zu linken, damit du weise handelst, überall, wohin du gehst. Vers 8 Lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern betrachte es Tag und Nacht, damit du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen, und du wirst weise handeln. Vers 9 Seh, ich habe dir geboten, getrost und unverzagt zu sein. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mir, ist mit dir überall, wohin du gehst. Gott wiederholt viele Male, dass wir stark und guten Mutes sein müssen. Er spricht nicht nur mit Joshua, sondern er spricht auch mit ihnen. Und er spricht auch mit mir. Wenn wir entmutig sind, sind wir auch ängstlich. Aber wir müssen die Angst kontrollieren und nicht zulassen, dass die Angst uns kontrolliert. Im Hebräerbrief lesen wir über diejenigen, die aufgrund des Glaubens gelebt haben, nicht mit Angst. Hebräer Kapitel 11 und Vers 8 Hebräer Kapitel 11 Vers 8 bis 13 Durch Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in das Land zu ziehen. Das er als Erbe bekommen sollte und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch Glauben ist er ein Fremder gewesen im verheißenen Land, wie in einem Fremden, wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, denn mit eben derselbe Verheißung. Denn er wartet auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben empfing auch Sarah Kraft, dass sie schwanger wurde und gebar, obwohl sie vom Alter her über die Zeit hinaus war. Denn sie achtete denn für Treu, der es verheißen hatte. Darum sind auch von einem, der bereits erstorben war, so viele geboren wurden, wie die Menge der Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist. Sie alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht empfangen, sondern sie von Feiern geschehen und auch sie vertraut. Sie haben sie begrüßt und bekam, dass sie Freunde, Fremde und Gäste auf Erden sind. Und jetzt lesen wir viele Beispiele, von denen alle Glauben hatten. Fangen wir an im Vers 17, selbe Kapitel. Vers 20 Durch Glauben segnete Isaac auf die zukünftigen Dinge hin den Jakob und den Isao. Vers 21 Durch Glauben segnete Jakob, als er starb, beide Söhne Josefs und betete über der Spritze seines Stabes an. Durch Glauben redete Josef, als er starb, von Auszug der Kinder Israel und gab Anweisungen wegen seiner, die Biene. Vers 23 Durch Glauben wurde Mose, als er geboren war, drei Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und sie fürchteten sich nicht vor dem Gebot des Königs. Vers 24 Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao genannt zu werden. Liebe erwählte er mir, ermitteln, dem Volk Gottes Misshandlung zu leiden, als für übergehenden Genuss der Sünde zu haben und hielt die Schmach, Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belungen. Vers 27 Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete den Zorn des Königs nicht, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Vers 28 Durch Glauben hielt er das Passa und das Besprechchen Sprengen so eine neue Bibel mit Blut, damit der Verderbner ihre Erstgeburten nicht antaste. Durch Glauben 29 gingen sie durchs Rote Meer wie durch trockenes Land, was die Ägypter auch versuchten und ertranken. Durch Glauben Vers 30 fielen die Mauern Jerichos als sie sieben Tage um sie herumgezogen waren. 31 Durch Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kunderschaft mit Frieden aufgenommen hatte. Und jetzt noch was anderes. Durch Glauben werden wir es schaffen. Und was soll ich mehr sagen? Vers 32 Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson und Jephthah, von David und Samuel und den Propheten. Diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit gewirkt, Verheißungen erlangt, der Löwen rachen verstopft, die Kraft des Feuers angelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen, sind kräftig geworden, aus Schwachheit sind stark geworden. Im Kampf haben die Heere der Fremden in die Flucht geschlagen. Diese Leute hatten enormen Mut, das Gegenteil von Entmütigung. Ja, sie wurden manchmal mutig und sie ertrugen ihren Teil an Prüfungen und sie besiegten die Angst und besiegten den Satan, indem sie Gott folgten und ihm glaubten. Das Gleiche gilt für uns, wenn wir entmutigt sind. Was sollen wir tun, wenn wir in dieser Situation sind? Wie können wir die Entmutigung überwinden? Ich habe schon früher erwähnt, wir können Satan nicht kontrollieren, aber wir müssen ihn besiegen. Lies mal Jakobus Kapitel 4 Vers 7 Jakobus Kapitel 4 Vers 7 bis 10 Vers 9 Vers 9 besiegt sich auf diejenigen die ständig sündigen und sie lachen darüber und meinen dass es keine große Sache ist. Wenn wir sündigen müssen wir beten manchmal auch fasten und um Vergebung zu bitten. Wenn wir das tun werden wir dem Teufel widerstehen und er wird von uns fliehen. Wir gehen durch Prüfungen die wir überwinden müssen und wir gehen durch unsere Glaubensprüfungen. Früher gab ich ihnen Beispiele von mehreren Personen in der Bibel die ihre Glaubensprüfungen bestanden und sie waren alle Menschen so wie wir alle Menschen sind. Psalm 37 Vers 4 sagt uns dass Gott uns die Wünsche unseres Herzens geben wird wenn wir uns an ihm erfreuen und dass wir geduldig auf ihn warten müssen wie es in Vers 7 sagt. Unsere Geduld kann manchmal getestet werden um zu sehen ob wir treu bleiben werden besonders wenn unsere gewünschte Antwort nicht gleich kommt. Das passiert vielmals. Wir müssen fortwährend Gott bitten uns von seinem Geist und Weisheit für unser Leben zu geben. Das tun wir durch das Gebet. Wenn wir nicht weiter beten wenn wir nicht weiter studieren dann werden wir uns leicht entmutigen lassen weil wir nicht bitten und wir zeigen Gott nicht dass wir Glauben haben und er wäre dann ohnehin nicht mehr Teil in unserem Leben. Diese Art von Ermutigung könnte uns leichter zu bringen aufzugeben. Johannes Kapitel 15 Vers 4 und 5 Johannes Kapitel 15 und Vers 4 Bleibt in mir und ich in euch wie die Rebe aus sich selbst keine Frucht bringen kann wenn sie nicht am Weinstock bleibt so könnt es auch ihr nicht wenn ihr nicht in mir bleibt ich bin der Weinstock ihr seid die Reben wer in mir bleibt und ich in ihm der bringt viel Frucht denn ohne mich könnt er nichts tun es ist sehr wichtig dass wir Christus in unserem Leben haben und wir müssen ihn nachahmen das heißt unser Leben so zu leben wie er es will wie er es getan hat indem er das ganze Gesetz Gottes hielt alles seine Gebote mit Glauben und mit Liebe 5. Mose 31 Vers 6 5. Mose Kapitel 31 und in Vers 6 Seid getrost und unverzagt füllstet euch nicht und lasst euch nicht von ihnen grauen denn der Herr dein Gott wird selber mit dir gehen und wird die Hand nicht abziehen und dich nicht verlassen Wann immer sie sich entmutigt fühlen erinnern sie sich immer daran wer für sie da ist wer alles weiß alles was sie durchmachen bleiben sie treu und machen sie weiter Gottes Willen zu tun und sich daran zu erinnern dass alles möglich ist denn Gott kann nicht beschränkt werden sie sind nicht allein wenn einer kämpft kämpfen wir alle wenn einer von uns Schmerzen hat fühlen wir alle Schmerzen und wir beten alle zusammen auch wenn wir uns manchmal Entmütigung lassen was eine Prüfung darstellt so weiß Gott doch davon und wenn wir sie überwinden so schwierig sie auch sein mag verspricht er uns Segen über all unsere Vorstellungskraft hinaus wir werden getestet morgen getestet jeden Tag getestet vor allem in den Tagen der ungesäuerte Brote da wir uns bewusst sein müssen was diese Tage symbolisieren und wir müssen die Sünde aus unserem Leben fern halten die Prüfungen die wir durchmachen sind ein Teil des Lebens also das nächste Mal wenn sie sich entmutig fühlen wegen einer Prüfung die sie durchmachen versuchen sie sich zu entmutigen weil es noch ein weiterer Test ist den Gott in unserem Leben für unseren eigenen Nutzen erlaubt ein weiterer Test den wir sicherlich bestehen können und der uns noch näher an die Versprechungen erlangen lässt die er für uns hat ein das ist Vielen Dank.